Wussten Sie, dass Anteilsklassen von Fonds unterschiedliche Varianten desselben Investmentfonds sind? Sie unterscheiden sich durch ihre Gebühren, Ertragsverwendung, Mindestanlagebetrag, Kaufmöglichkeiten, Fondswährung und Anlagestrategie. Aber keine Sorge, ich werde Ihnen helfen, die häufigsten Abkürzungen zu verstehen. Es gibt viele verschiedene Fondskürzel, weil die Investmentgesellschaften in der Regel ihre eigenen Abkürzungen verwenden. Schauen wir uns als Beispiel die Anteilsklassen von DWS-Fonds an. Die häufigsten Kürzel sind LC, LD, ND, IC und RC. LC bedeutet thesaurierend mit Ausgabeaufschlag. LD bedeutet ausschüttend mit Ausgabeaufschlag. Und ND bedeutet ausschüttend ohne oder mit reduziertem Ausgabeaufschlag. IC ist die Anteilsklasse für institutionelle Investoren mit einem Mindestanlagebetrag von 1 Mio. Euro und thesaurierender Ertragsverwendung. RC ist die Anteilsklasse für offene Immobilienfonds.